Hallo Leute, ja! Ich hab was Glückliches zu sagen, also was Gutes. Ich hab rausgefunden, wie man Dorephias Dingsbums rausbekommt, also ihr Code. Ich hab ein bisschen nachgeguckt, ich hab ihr dann bei Google Avalon Code Dorephia Code Remove eingegeben. Da kam eine Seite und da stand irgendwie, die haben hier was verwechselt, irgendwie mit Feuer oder so, Eis, Feuer, Licht oder so. Da hab ich einfach mal Licht dazu gegeben und das ist verschwunden. Also merkt euch das hier, dreimal Hoffnung, zweimal Vogel und viermal Licht. Ich glaube, das ist die richtige, wenn nicht, egal, ich hab's trotzdem rausbekommen, haha. Okay, ich hab das jetzt, ich hab alle Charaktere befreit. Jetzt kommt noch die einzige Scheiße, Hauchi Seele. Was soll ich mit dieser Scheißbombe anfangen? Wieso funktioniert das nicht bei mir? Wieso und so Teufel funktioniert das nicht? Ach scheiß doch, ich brauch die Bombe nicht und der Maka kann mich auch mal. Spasti, er kann nicht mal. Okay, ich muss jetzt so irgendwie zum Friedhof. Oder nicht? Ja, ich geh mal zum Friedhof. Kann ich da ein Turnier mitmachen? Ja. Ja, okay, ich kann nicht, schade. Ich geh mal zum Friedhof und wartet da jemand auf mich? Ja. Was macht der? Was zum Teufel, was wollen die jetzt? Achso, ja, die wollten uns angreifen, die Spastis. Abschaum ausweisen. Zuerst müsst ihr an mir vorbei. Gustav von den Swings Kling wird euch bezwingen. Okay. Und wer kommt jetzt? Bestimmt Rex. Nein. Nein. Diese Stadt gab mir meine Freiheit. Das lasse ich mir von niemandem nehmen. Nee, 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 nee. Anfahr. Nein, Hauchi. Ob euch meine Bomben schmecken? Gut so. Mir ist egal, was mit der Stadt passiert. Aber Rutut wird euch aufhalten im Namen von Roxas. Okay, die Stadt wird beschützt. Super. Los, Roxas, uns bleibt nicht viel Zeit. Schnell zum Verlies. Äh, ja? Na, wenn das nicht mal der General ist. Eine Freude, euch lebend wiederzusehen. Faldo und Wermann. Hm. Ist verdammt lange her, Wermann? Und das ist der Dämonenfürst? Kein Kommentar. Geh zum hintersten Teil der Felicis und zerstöre den Körper des Dämonenfürstes. Ich werde sie hier aufhalten. Keine Angst, wir werden uns wiedersehen, wenn das hier vorbei ist. Also, ich glaube, eigentlich könnt ihr diesen Weg gehen, wo der Ritter uns jedes Mal versperrt hat. Würdet ihr wohl beiseite... Äh... Äh, wohl beiseite treten. Wir sind ein wenig in Eile. Wermann, ihr seid ein Monster. Ihr habt das Reich missbraucht, seinen Prinzen ermordet und einen Dämonen gegeben. Damit werde ich euch nicht davon kommen lassen. Ha, 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 ha. Mir egal, was ihr sagt. Schließlich nähert ihr euch eurem Ende. Diesmal meine ich es ernst. Ich werde meine Fehler nicht wiederholen. Roxas, kümmere dich um den Rest. Hat er sich geopfert, oder was? Ach, Mann. Wieso... Was ist das denn für einer? Hallo? Hä? Hä? So. Übertreib doch gleich mit deinem Silber hier. So. Silber kommt zu mir. Kapiert? Übertreiber mit dem Silber. Warte. Hat er gerade eine Spießleiter gefroren? Was? Du Drecksbastard. Was hast du für eine Attacke vor? Übertreiber. Ach, du heilige Scheiße. Hier. Ach, du heilige Scheiße. Warte mal. Da ist bestimmt auch hier einer. Okay, die Ultimative vorn von denen. Und jetzt hier auch einer. Was ist das denn? Okay, ich werde mal alles hier untersuchen, weil hier gibt es neue Monster. Lach nicht so hässlich. Okay, ich werde in diesem Video mal alles untersuchen hier. Übertreiber. Nein, du triffst mich nicht. Okay. Was war hier wieder? Ach so, der Schwertmacker. Wie? Ich kann nicht mehr da durch. Okay. Hat sich erledigt. Wir gehen einfach mal... Ach du... Ach du Scheiße. Okay, der ist ein bisschen dämlich dafür. Er ist nicht klug dafür. Okay, jetzt kommen diese Riesenschildgrütte. Boah, übertreib. Übertreib. Okay, da unten waren wir. Das ist dieser komische Macker hier. Oh. Okay, jetzt kommt noch einer von denen bestimmt. Oh nein. Warte, habe ich den nicht? Ich glaube, ich habe den schon, oder? Oder habe ich ihn noch nicht gehabt? Bitte sei irgendwas da. Nein, okay, ist nicht. Wie geht's? Ähm, okay. Okay, der hatte nichts. Dann gehen wir einfach mal nach oben. Hierher. So, hat sich erledigt. Und hier... Dankeschön. Eine Blume. Warte, war hier nicht irgendwie das Mana-Teil da? Wie zerstört ihr meine Blume? So, so, so. Okay, gibt's hier was? Ah, hier ist das Mana-Teil. Kann man nur einmal machen. Fick dich. Okay, ich gehe raus. Und gehe nach oben. Und da wartet irgendein Boss auf mich. Okay, das habe ich jetzt auch. Sankatanas. Verlies Nummer 4. Ohne Waffeneinsatz. Okay. Also, kurze Pause. Okay, ich habe es. Wartet. Kurz das erstmal. So. Jetzt die Waffe wieder ändern. Hammer. So. Karte. So. Oh, scheiße. Okay. Ah, scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Ähm, Geschoss war irgendwie... Wieso? Okay, komm her. Ähm... Ausrüsten. Ah, fick dich doch. Okay. Jetzt brauche ich Eis. Ähm, Waffen. Ah, was war... Pfff, fick dich. Zubehör. Rücken. Ach, nein. Hier gab es doch irgendwo Eis. Ach so. Ja, stimmt, 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 stimmt. Ähm... Nanai, Nanai. Wie geht's dir, Nanai? Ähm... Nicht du. Hier ist sie mit dem Eis. Komm hier. Komm her zu mir. Waffen. Geschoss. Eis hierher. Ja, gemischtes irgendwas, Dingsbum. Fick dich. Mann, oh Mann. Okay, ich hab das auch. Ähm, ich hab Gold. Ja, ich hab Gold. 4000, genau. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Super. Aber war das jetzt der richtige Weg? Warte, oben gab's doch irgendeinen Weg, oder? Ah. Ähm, okay. Ähm, irgendwas im Dunkeln steckt. Hier liegen über Knochen. Alles mal untersuchen. Vielleicht gibt's ja irgendwas. Anscheinend wohl nicht. Hier vielleicht. Hier. Okay. Hier. Hä, wo zum Teufel soll ich jetzt hin? Achso, ich musste das machen, um hier weiterzukommen. Was? Nee, nee, nee. Och, scheiße. Okay, ich hab das analysiert. Einfach mal weiter. Lass mich in Ruhe. Wie siege alle Gegner. Mehr als nur... Wie siege Schattenwesen, okay? Wurden die auch... Wurden die verstärkt? Ich hab keinen Bock auf verstärkte Bastarde. Ja, der wurde irgendwie verstärkt. Fick dich ins Knie. Ach, Fick dich ins Knie. So. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Verdammte Scheiße. Okay. So. Jetzt nehme ich das Gold von ihm weg. Hier ist es doch noch ein scheiß Feuerwesen. So, so, so. So, so. Und Karte will ich haben. So, 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 so. Komm her. Okay. Immer so schön weiter angreifen. So. Okay. Ähm, ja. Wunderschön. Okay, komm her. Komm her, du Spast Jetzt bist du tot Boah, wie viele von denen wollen noch kommen So So, 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 so Geschafft Kann man jetzt eigentlich auch nach rechts gehen? Hm, okay Ich habe Silber, nur egal, ist nicht so schlimm Okay, ich kann nach unten Ich glaube, ich muss nach unten Kann ich auch nach links? Warte mal, was passiert, wenn ich jetzt nach oben gehe? Kommt dieses Teil hier, okay Was passiert, wenn ich nach links gehe? PTT-Egaler Schalter Ah, nur ein leerer Raum, okay Hallo? Ähm, ja Okay, das war's wohl Okay, ich habe Gold Yep Yep Golde, golde, gold Und ich kriege eine Tafel Wieder eine pinke, rosa Tafel Und was ist das für ein Rezept? Oh, ein Katana Okay, das haben wir jetzt auch geschafft Ich gehe mal hier raus Weil hier gibt es nichts mehr Und Wir sehen uns das nächste Mal Tschüss